Das Weihnachtsfest wird dieses Jahr für uns alle etwas kleiner ausfallen. Die kleinste Weihnachtsfeier, die gibt es jetzt aber schon im Miniatur-Wunderland in Hamburg. Ein Weihnachtsmarkt am Hamburger Hafen mit jeder Menge Glühwein, ein großes Buffet und eine ordentliche Party, wo, wie in alten Zeiten vor Corona, auch mal etwas zu viel getrunken wird. All das ohne Maske und Abstand, die kleinen Feiernden sind ja ohnehin unter sich. Im Internet veröffentlichten die Betreiber des Miniatur-Wunderlandes ein Video der kleinen Weihnachtsfeier. Das Besondere? Es ist ein detailgetreuer Ersatz für die echte Weihnachtsfeier, die sonst jedes Jahr stattfindet. Bei den Miniaturbesuchern handelt es sich um die Mitarbeiter, mit Hilfe eines 3D-Scanners wurden die kleinen Figuren erstellt. Ein ausführliches Video der Weihnachtsparty bekamen die Mitarbeiter per E-Mail geschickt als Überraschung, um ein wenig Freude in einer komplizierten Zeit zu schenken.